...bezaubernd. Ah, danke. Sie haben sich schon bekannt gemacht? Ja. Stopp, 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 stopp. Ah, sonst, ähm, ja. Du, er hatte seine Hand einen Millimeter über ihrer verbotenen Zone. Ja, aber was ist mit der DVD? Ja, die hab ich ja natürlich nicht gegeben. Wer ich da reingegangen, ich sage dir, ich hätte dir noch seinen Slipper geprüftet. Ich werde ihm schön seine Kack-Präsentation versauen. Der wird sie umgucken. Ich glaub, die Einzige, die sich umgucken wird, ist Kim. Bereiten Sie doch schon mal die Präsentation des Image-Films vor, dann können wir gleich anfangen. Wer zählt? Nein. Ich versteh's nicht, warum sagst du sowas ab? Du verstehst Alexa auf dem Dachboden, dir gehen Aufträge durch, die Laffen und ich erfahr immer als Letzte davon. Ich habe keinen Bock mehr darauf, dass du mich in einer Tour anlügst. Du hast es versucht und ich hab dich abblitzen lassen. Und genau das wirst du jetzt sagen. Du kannst mich mal beinziehen.